Guten Tag zusammen, willkommen zu einem neuen Infovideo von 7 Days to Die Alpha 13. Die Alpha 13 steht kurz bevor, es gibt endlich neue Nachrichten und nicht zu knapp neue Nachrichten. Denn wie ihr seht im Hintergrund, ich habe mal wieder ein Video rausgekramt, beziehungsweise es wurde veröffentlicht, diesmal von einem Kumpel von Madmul, der wohl auch Moderator ist auf der 7 Days to Die Webseite. Und der hat jetzt ein Video gemacht, ein Tutorial zum neuen Forging-System, was dann auch dem zukünftigen, ich nenne es jetzt mal Cooking-System, ähnelt. Also so ähnlich wird man auch kochen können. Dazu aber gleich was. Jedenfalls gibt es Neuigkeiten, die sind wohl diesmal wieder sehr nah dran. Sie haben zwar noch ein paar Sachen auf der Liste, aber jetzt wurde der Release eingegrenzt auf Freitag bis Montag, so in dem Dreh. Okay, also irgendwann jetzt, dieses Wochenende soll es dann doch mal kommen. Gut, haben sie schon öfter gesagt, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Man weiß ja eben nicht, ob da vielleicht noch eine andere Bug sich vielleicht dann doch noch auftut, der das Ganze wieder versaut, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt wirklich eine Tagessache, es kann jetzt jeden Tag in ein Update kommen. Und jetzt sind sie wenigstens schon soweit, wir gucken jetzt hier gleich mal auf das Forging-System, das wollte ich euch zeigen und darüber hinaus, und das ist auch super interessant, wurden die Alpha 13 Release Notes bekannt gegeben. Das heißt, ja, schon im Prinzip die gesamten Patch Notes wurden schon rausgehauen auf Nachfragen der Community, ob man das nicht schon vorab machen könnte und das haben sie getan. Das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass der Release sehr kurz bevor steht, weil, naja, sonst hätten sie da ja vielleicht noch was ändern können. Also die stehen auf jeden Fall. Ich war am überlegen, ob ich da jetzt schon ein Release Notes, ein Patch Notes Video machen soll, aber ich dachte mir, es ist ja auch Blödsinn, weil das hätte ich dann wirklich nur vor schwarzem Bildschirm machen können. Und ich würde euch natürlich gerne, wenn ich euch da was erzähle zu Alpha 13, zu den Patch Notes, würde ich da euch auch ganz gerne bewegte Bilder zeigen. Insofern müsst ihr euch da ein bisschen gedulden. Ich bin auch noch nicht so ganz durch. Man muss sagen, die Patch Notes, die gehen über 24 volle DIN A4 Seiten und die habe ich noch nicht komplett durchgearbeitet. Aber es ist wirklich eine ganze Menge. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wenn ich ein Patch Note Video mache, es wird zwar relativ lang werden, aber trotzdem werde ich mich kurz halten müssen, weil es sind so viele Sachen. Wenn ich da auf jedes einzelne explizit eingehen würde, keine Ahnung, also dann hätte ich ein Patch Note Video von drei Stunden oder so. Das muss ja auch nicht sein. Ich werde mich da also kurz halten. Was so das Erklären von Forging angeht, Inventar, das werde ich nachher sowieso dann hauptsächlich in meinen neuen Tutorial Videos machen, die ich dann ab Release dann auch veröffentlichen beziehungsweise erstmal herstellen werde. Aber ich werde dann eben neue Tutorial Videos machen, neue Beginner Tutorials und dort wird dann alles auch mal ein bisschen genauer erklärt und natürlich nachher später in den Let's Plays, die noch kommen. Dazu vielleicht auch noch eine kurze Info, bevor wir uns jetzt das Video letztendlich angucken. Eine kurze Info zum Let's Play beziehungsweise zur Live Quest. Let's Play ist wie gesagt geplant. Wir werden halt so fünft wieder ein Let's Play starten unter dem Titel, die fünf. Und da starten wir eigentlich fast mit Release. Also sobald die A13 draußen ist, werden wir zusehen, dass wir irgendwo uns auf einem Server zusammentun und dann die ersten Folgen aufnehmen. Konkret werde ich da jetzt erstmal noch nicht werden. Wir haben da schon einen gewissen Plan, aber wir wissen noch nicht eben, wann die Alpha 13 konkret rauskommt. Also wissen wir auch noch nicht, wann wir konkret aufnehmen können, weil jeder von uns hat ja auch mal ein Privatleben und naja, da hat man halt nicht immer Zeit, mal eben an den Rechner zu kommen. Das ist halt eben so. Thema Live Quest. Gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht? Die gute ist, naja, auch mit dem Start der Alpha 13 werde ich dann den Server so weit herrichten, dass ihr da eure Quests bauen könnt. Das sind die guten Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Wir sind dann doch nur zu dritt. Ich hatte ja schon mal erzählt in einer der früheren Folgen, dass ich mit vier Leuten geplant habe, meine Wenigkeit plus drei andere. Und ich sage mal, den weiblichen Part in unserer Gruppe ist leider abgesprungen, was da wieder mal ein Zeitproblem ist. Also die Dame hat leider schon zwei Seven Days to Die Projekte und naja, ich habe mich da nicht so sehr hintergeklemmt, weil es ja auch längere Zeit nichts Konkretes zu Alpha 13 gab. Man wusste nicht, wann kommt sie nun und deswegen habe ich das so ein bisschen auf Eis gelegt. Naja, und in der Zwischenzeit haben sich da eben andere Sachen ergeben, andere Projekte ergeben und deswegen ist die Zeit jetzt bei der Dame nicht mehr gegeben. Also insofern sind wir jetzt vorerst nur zu dritt. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Wir kommen klar, hoffe ich zumindest. Aber naja, so ein kleiner weiblicher Touch wäre schon nicht schlecht gewesen. Gut, was wollte ich jetzt noch? Ja, ich würde sagen, wir starten das Video. Ich habe es wieder mal leise gemacht. Hört man das? Nee, ist recht leise. Gut. Ja, bestes Wetter wieder in Wasteland, glaube ich, müsste das sein. Ja, jetzt dreht er sich erstmal gleich um. Die Forges an sich haben sich optisch so jetzt rein gar nicht verändert. Das ist genau so wie vorher. Aber von der Bedienung ist es halt wesentlich anders. Hier sieht man schon die ersten Effekte. Ich gehe mal hier auf Pause. Die ersten Effekte sind ja hier schon dieser Buff. Das heißt, das wird auch beim Campfire auch so sein. Wenn ihr an so eine Forge rangeht oder an Campfire rangeht, dann fühlt ihr euch warm. Beziehungsweise ihr fühlt, dass da eine Wärme ist. Ist klar. Das sind auch Neuerungen, dass da dementsprechend... Ihr könnt frieren, ihr könnt euch zu warm werden. Eure Klamotten können euch isolieren oder auch nicht isolieren vor Wärme, Gelde, Wasser, etc. Aber dazu mehr in den Patchnotes. So, wir haben hier, bevor ich jetzt gleich wieder auf Play drücke, das Inventar für das Forging. So ähnlich, wie gesagt, wird es auch beim Campfire aussehen. Natürlich mit ein paar Änderungen hier und dort. Ich denke mal, von den Tools her wird sich das ein bisschen unterscheiden. Aber da gehe ich gleich näher drauf ein. Sieht normal aus, wie das Inventar als solches. Hat auch sehr viele Ähnlichkeiten. Und lassen wir jetzt einfach mal weiterlaufen. Hier unten habt ihr wie immer das Inventar. Hier habt ihr jetzt neuerdings... Oder na gut, was heißt neuerdings? Ja doch, bei der Forge ist es ja neu. Habt ihr hier die Liste von craftbaren Items sozusagen. Das hattet ihr ja vorher nicht. Das hattet ihr ja nur beim Campfire. Da konntet ihr ja wirklich mal anwählen. Hier blablabla. Hier Tee zum Beispiel oder Wasser kochen oder die und die Fleischsorte kochen, backen, braten etc. Das habt ihr jetzt nicht. So, also wie gesagt, Inventar habt ihr hier. Ihr habt hier die Crafting-Liste. Dann, das ist neu, gibt es hier oben die Tools. Jetzt die Tools-Felder. Ihr seht schon, da ist ein Amboss. Hier ist so ne, so ne Ranch. Und hier habt ihr, das sieht man ein bisschen schlecht hier. Ich musste vorhin auch ganz genau hingucken. Das ist so ein Werkzeugkasten. Wenn man jetzt ganz genau hingucken würde, also quasi mit einer Augapfel schon auf dem Monitor klebt, würde man sehen, dass das halt so ein, so ein Tools-Kasten ist. Ist auch so mit Gewindeschneider und so, hat man ja vielleicht schon mal gesehen, so ein Multi-Tool-Koffer. Und die kommen hier oben rein. Hintergrund ist folgendes. Manche von diesen Sachen, ihr seht ja hier zum Beispiel, es gibt hier ein paar Teile, ein paar Items, die könnt ihr jetzt schon craften. Hier ist ja nichts hinterlegt. Ihr könntet jetzt also die Weiß hinterlegten, die könnt ihr craften. Also die Bricks, Brickparver, Forged Iron, das könnt ihr alles ersetzen. Ich gehe mal kurz auf Pause. Und dafür braucht ihr keine Tools. Es gibt aber nachher Tools, äh andersrum, ihr kriegt, ihr braucht nachher Items, ihr craftet nachher Items, wo ihr diese Tools braucht. Ja, also ihr braucht zum Beispiel, manchen braucht ihr ein Anvil, also hier sprechen Amboss oder eben halt diese Schraubzwinge, beziehungsweise hier diesen, ne, und, oder eben halt diesen Tools-Koffer. Dieser Tools-Koffer soll angeblich auch wohl alles, ähm, craften können. Also das ist so ein Universal-Koffer, wo ihr wirklich alles mit herstellen könnt, sofern ihr die richtigen Rezeptbücher gelesen habt. Und, ja, muss man sich aber angucken. Das ist natürlich auch schwer, aus so einem Video wirklich alles herauszulesen, wenn man das nicht selber gespielt hat. Also wenn ich hier mal Blödsinn erzähle, dann, äh, tut's mir leid. Dann ist es natürlich so, wir haben hier den Fuel, das Fuel-Feld. Hier ist es wie immer so, dass ihr da halt die brennbaren Materialien reinpackt, wie Holz. Und so hier jetzt zum Beispiel Lamp of Coal. Der Witz ist natürlich, ihr könnt hier Turn-Off, Turn-On. Ihr könnt auch, wie jetzt zum Beispiel auch bei Arc, könnt ihr hier das Feuer konkret ausschalten. Ihr könnt es konkret einschalten. Denn ihr seht auch hier, wie lange die Brenndauer ist, wie viele Items da drin liegen und, äh, wie lange ein einzelnes Item hier am Brennen ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine feine Sache. So müsst ihr es nicht immer ausrechnen, sondern ihr könnt einfach hier alles reinschmeißen an Material und dann dementsprechend die Forge ein- oder ausschalten. So, dann habt ihr den Input, hier gehe ich auch nochmal kurz auf Pause, Input, hier habt ihr zwei Felder. Das heißt, ihr könnt gleichzeitig zwei verschiedene Ressourcen in die Schmiede schmeißen. So wie hier zum Beispiel das, ähm, wie heißt das noch, ähm, siehst du, da habe ich schon die ganzen Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall hier dieses, dieses Eisenzeugs, was ihr aus den Steinen kriegt. Und hier natürlich auch Blei und, äh, das könnt ihr einschmelzen und ihr seht schon hier, das ist das Material, was in, ähm, was in der Forge drin ist. Das heißt, ihr bekommt jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier das Eisen einbrennt, einschmelzt, bekommt ihr jetzt keine Eisenbarren mehr, sondern ihr habt hier dann 388 Iron drin, hier hat er zum Beispiel noch Brass drin, Lead hat er hier noch drin, also Blei hat er hier noch drin, 5150 Mal, Clay hat er 684 Mal drin, also auch Clay muss man wohl irgendwo, ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, ob er Clay erstmal brennen muss. Lamp of Clay, das kann auch jetzt einfach nur normal Clay sein, ich weiß es nicht, hier stehen ja nur Clay, nicht Lamp of Clay oder sowas. Muss man sich also auch mal angucken. Das ist quasi die Ressourcen, die er hier hat. Das heißt, ihr habt das Material, habt ihr jetzt nicht mehr im Inventar, sondern ihr habt das Material direkt in der Forge drin. Ja, das habt ihr also nicht mehr. Dann habt ihr natürlich Output, das ganze Samte Material, da bin ich allerdings nur noch so ein bisschen am Gucken, weil ich es ein bisschen merkwürdig finde, ihr habt hier einmal Output und dann habt ihr hier das Inventar, das habt ihr im Inventar. Und hier habt ihr aber auch nochmal Eisen im Output. Und teilweise ist es so, er craftet nachher auch was, das craftet er teilweise hier raus oder teilweise aus dem Inventar. Das ist einfach so ein bisschen schwammig zu sehen, das muss ich mal ausprobieren, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gehen wir aber nochmal weiter. Ja, und auch hier ist es so, das sind diese Crafting-Fenster. Ihr könnt also aus der Forge direkt craften. Ja, und auch hier sieht man, Forged Iron kann man jetzt zum Beispiel herstellen. Da sagt er hier in dem Fenster, hier gehe ich auch nochmal kurz auf Pause. Hier sagt er, Forged Iron ist übrigens quasi der zukünftige Eisenbarren. Also es gibt jetzt kein Iron Ingot mehr, sondern es gibt jetzt gleich dieses Forged Iron. Und das muss man herstellen, indem man halt Clay benutzt und eben halt auch Iron. Also hier dieses Scrap Iron. Und da sagt er ja auch, dass man hier pro Forged Iron brauchst du fünfmal Clay und zehnmal Scrap Iron. Und hier steht auch gleich, was du, wie gesagt, einmal brauchst für eine Einheit Forged Iron und wie viel man hat. Also 679 mal Clay, das steht ja hier. Und 398 mal Scrap Iron, das hat er wohl hier drin. Das müsste eigentlich jetzt alles hier aus der Forge kommen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Hier könnt ihr wie immer einstellen, wie viele Einheiten Forged Iron ihr herstellen wollt. Oder hier mit dem Symbol halt das Maximum. Craft Dauer 15 Sekunden. Smelt ist ganz klar. Das bedeutet wohl dann halt herstellen. Also einschmelzen. Und Favorite, das ist auch glaube ich klar. Dann könnt ihr das zu den Favoriten hinzufügen, damit ihr das schneller findet. Weiter geht's. So, und hier hat er das jetzt auch schon reingepackt. Er ist jetzt dabei eben halt Forged Iron zu bauen. Und hier sieht man das jetzt schön. Er hat den Anvil, also den Amboss hier oben in die Tools gepackt. Und schon werden auch mehr Sachen aufgeblättert. Er kann jetzt zum Beispiel auch Iron Arrowheads kann er bauen. Er kann Iron Bars bauen. Er kann Nails bauen. Buckshots kann er herstellen. Dafür braucht man tatsächlich halt ein Amboss. Also diese Tools werden wichtig sein. Anscheinend kann man diesen Anvil auch wohl in der Schmiede herstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Er ist glaube ich hier nicht auf das Rezept für den Anvil raufgegangen. Also kann ich euch da jetzt nicht zeigen, wie man die baut. Und hier sieht man es halt auch. Er craftet halt diese Iron Bars. Nicht aus dem Inventar. Also ihr craftet das nicht mehr im Inventar, sondern ihr craftet das aus der Forge heraus. Nur wie gesagt, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Er hat hier eine Iron Bar und im Inventar eine Iron Bar. Ob er das nun getrennt hat voneinander. Oder das muss ich mir nochmal konkret angucken. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden. Forged Steel scheint es so noch zu geben als Barren. Weil das ja auch eine Ressource ist, um nachher die Blöcke aufzuwerten. Hier hat er jetzt ein Rezept gelernt. Das ging glaube ich um Bullet Casings, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die hat er jetzt hier natürlich auch drin. Er hat hier Brass drin. Und hier sieht man auch, für ein Bullet Casing braucht man einmal Brass und einmal Clay. Für ein Bullet Casing, für allen Bullet Casing braucht man einmal Brass und einmal Clay. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Dieses Brass ist nicht mehr das Brass, wie man es kennt anscheinend. Also das sind jetzt keine 258 Barren, sondern das sind halt 258 Einhalten Messing. Genauso wie hier. Man braucht halt 13 Mal LED und 13 Mal Clay, weil er 13 Mal Bullet Tips herstellen will. Und hier steht auch Anvil Required. Also wenn ihr sowas nachher herstellen wollt, dann steht hier auch konkret drüber, welche Tools ihr dafür benötigt. Und ihr müsst das also nicht raten. Sondern jetzt ist er natürlich um Bullet Tips craften. Und jetzt sieht man, hier hat er zwar einen Bullet Tip abgelegt, aber hier wandern die ins Inventar. Also ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt in beiden hier zu sehen ist. Ich dachte erst, dass er das hier in den Output rein craftet und dass man sich das dann hier rüberziehen kann ins Inventar. Aber das scheint nicht so zu sein. Da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher. Das muss ich mir angucken. Dann gibt es natürlich auch noch was auch Neues. Zum Beispiel diese Rocket Casings. Also ihr könnt euch auch Raketen selber bauen. Die könnt ihr euch wohl auch erst dann selber bauen, wenn ihr eben diesen Tools Koffer habt. Dann könnt ihr auch tatsächlich diese Rocket Casings selber herstellen. Also es baut aufeinander auf. Desto besser die Tools sind, die hier drin sind, desto mehr könnt ihr da eben halt auch machen. Das ist jetzt auch die erste Art von Workstations, die es überhaupt für 7 Days to Die gibt. Also es gibt eben dann halt die Forge und es gibt dann das Campfire. Das sind die ersten Workstations, wenn man so will. Und er sagte auch in dem Video, dass es da in Zukunft noch wesentlich mehr geben wird. Es wird dann nachher auch so was wie eine Art Chemielabor geben. Also jetzt als kleine Workstation. Es würde direkt Workstations geben für Leder zum Beispiel. Das wird es nachher auch geben. Also das wird nachher schon recht interessant. Es wird nachher mehr Workstations geben. Und da bin ich schon sehr gespannt, was da noch kommen wird. Das ist erstmal die Grundstruktur, wie das dann nachher laufen wird. Letztendlich wird es immer spezielle Tools geben, die man dann halt jetzt bei so einer Forge zum Beispiel verwenden kann und muss, um bestimmte Sachen herzustellen. Ob man die alle jetzt herstellen kann, ob man die alle nur finden kann, das weiß ich natürlich nicht. Das muss man sehen. Hier sieht man das auch nochmal schön. Er hat hier, ja ich weiß nicht wofür das Output ist, ehrlich gesagt. Das muss ich mir nochmal irgendwie zur Gemüte führen. Hier hat er auf jeden Fall auch nochmal alles drin. Hier hat er auch Glas drin. Hier hat er Stein mit drin. Hier hat er dann Sand und auch nochmal Brasswasser hier am Einschmelzen ist. Und dann hat er hier auch Glas hergestellt und hier Nägel und die Bricks hat er hier, nee Brick Power hat er hergestellt. Dann hat er hier auch nochmal diese Iron Bars hergestellt. Ich finde das mit Output muss ich mir nochmal angucken. Also ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm, was das auf und wozu das da ist, dieses Output fällt. Ob er das hier parkt und man kann sich das dann rüberziehen, kann natürlich sein. Kann natürlich sein, aber ich muss mich da nochmal konkret damit beschäftigen. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal das neue Forging System. Ich finde es persönlich nicht schlecht. Auch hier ist es so, dass man bis zu vier Sachen gleichzeitig craften kann, wie im Crafting System selber. Bis zu zwei Sachen könnt ihr einschmelzen. Bis zu drei Tools könnt ihr und müsst ihr einsetzen. Fuel ist glaube ich klar. Hier wählt ihr wie immer aus, welche Möglichkeiten ihr habt. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Genauer schauen wir uns das glaube ich zum einen nochmal in den Patch Notes an vielleicht. Und zum anderen, und das ist wahrscheinlicher in meinen neuen Tutorial Videos zu Alpha 13. Wie gesagt, es wird da ja ein neues Beginner Tutorial geben. Ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen genauer. Das heißt, es wird wirklich für jeden einzelnen Schritt ein Tutorial geben. Einmal für die Menüführung am Anfang, fürs Forging, fürs Cooking etc. Gut, Forging, Cooking kann man vielleicht zusammenfassen. Wird man sehen. Auf jeden Fall werde ich das ein bisschen auseinanderziehen, damit man auch wirklich einzelne Bereiche dann abdecken kann. Und ja, das so soll es erstmal gewesen sein. Ich denke mal, dass wir tatsächlich dieses Wochenende Glück haben könnten. Aber das habe ich bis jetzt jedes Wochenende gesagt. Insofern kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Info gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns natürlich alle auf die Alpha 13. Und wir gucken jetzt mal das Stückchen zurecht. Zurecht? Zu Ende natürlich Glas. Hier ist es nochmal extra. Hier steht nochmal extra Glas drin. Ich weiß jetzt nicht. Das kann natürlich sein, dass man hier aus diesem Sand erstmal Glas herstellt. Und aus dem Glasgrundmaterial dann erst die Gläser als solches. Also man brennt wohl nicht aus diesem Sand, wohl kein Glas mehr direkt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und mit dem Lehm ist es auch so eine Frage. Ich habe hier zwar Lehm, aber wie kriegt er das in die Forge rein? Brennt er das da nochmal extra ein? Das sind auch nochmal so ein, zwei Sachen. Man muss halt vieles noch aus der Praxis herausziehen. Hier übrigens noch Bandicam. Bandicam, das ist die Webseite hier von diesem Roland, der eben halt auch Moderator ist. Der hat das Video gemacht. Und ja, das soll es gewesen sein. Hier gibt es noch ein bisschen was zu gucken. Da werde ich gleich auch nochmal reinschauen. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die kleine Info hier gefallen. Und hoffen wir mal, dass es dann bald losgeht. Ich werde mich gleich noch reinsetzen und die 24 Seiten Patchnodes nochmal durcharbeiten. Und vielleicht zusammenfassen, dass wir da irgendwo mal so in einer halben Stunde mal den kompletten Patchnodes einmal durchbügeln können. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann sehen wir uns bald bei 7 Days to Die Alpha 13 wieder. Es ist nicht mehr weit. Macht's gut und tschüss. Und dann sehen wir uns bald bei 8 Days.